Hunger und Körpergewicht werden durch diese drei wichtigen Hormone beeinflusst. Leptin, Insulin und Grelin. Das Sättigungshormon Leptin wird im Fettgewebe gebildet. Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Der Magen schüttet bei fehlender Nahrungszufuhr das Hungerhormon Grelin aus. Gemeinsam regulieren diese Hormone maßgeblich unseren Stoffwechsel. Die Hauptschaltzentrale dafür ist der Hypothalamus. Steigende Leptinspiegel im Blut signalisieren unserem Gehirn, dass unsere Fettspeicher voll sind. Die Freisetzung von Insulin nach einer Mahlzeit senkt bei gesunden Menschen den Blutzuckerspiegel. Für den Hypothalamus das Zeichen, die Nahrungsaufnahme zu reduzieren. Grelin dagegen aktiviert das Hungergefühl und erhöht den Appetit. Im Wechselspiel der Hormone kann das Gehirn somit im Idealfall direkt die Verfügbarkeit von Nährstoffen ermitteln und unser Körpergewicht über Hunger und Sättigungsgefühle steuern. Grelin dagegen. Grelin dagegen. Untertitelung des ZDF, 2020